Herzlich Willkommen bei UPDATE FITNESS Um optimal vorbereitet zu sein, bringst du bequeme Sportbekleidung, saubere Trainingsschuhe und kleines Handtuch mit. Zuerst bespricht der UPDATE Coach mit dir deine Bedürfnisse und Ziele. Diese Informationen sind Voraussetzung für deinen individuellen Trainingsplan. Im Anschluss erklärt dir dein Coach ausführlich alle Geräte und Übungen aus deinem Trainingsplan. Am Ende des Probetrainings sind wir gespannt, welche Emotionen in dir wach geworden sind. Während eines kurzen Gesprächs besprechen wir unser Fitnessangebot für dich. Melde dich jetzt an zum kostenlosen Probetraining im UPDATE Fitness Center deiner Wahl. Wir freuen uns auf dich. Melde dich jetzt an unter update-fitness.ch Wenn es hier im Moment ist, wie sch прис travelled, wir uns auf die